Ich habe mal in einem Callcenter gearbeitet, bei einem Versandhandel. Und wenn da Schweizer angerufen haben, ich war vollkommen aufgeschlissen. Du verstehst nichts. Grüeziwoh, da ist der Ziegler, Roberto. Ich habe eine Bestellung gehabt. Was ist der feinige Huren? Seid ihr die Packettliefer in Gotter? Guten Tag. Seid ihr am Südner und Draskos als Packettliefer? Seid ihr vorhanden? Ich habe eine Bestellung gehabt. Was wollen sie denn bestellen? Nicht bestellen. Jetzt ist der Geld in der Kurto, aber es ist die Belastung von einem Kreditkartenkonto. Jetzt war der Fleider-Opper. Was? Fleider-Opper? Jetzt war der Fleider-Opper. Also bei uns ist das so, sie können hier etwas bestellen und das kommt dann mit der Post nach Hause. Da müsste ich aber erstmal wissen, was sie bestellen wollen. Nein, sie strafen die Ruppenkraftzahle, wo die Internetbestellung 10.000 Franken hochhaken. Ach, Internetbestellung. Ja, das können sie bei uns auch. Das wäre mir ehrlich gesagt auch lieber, wenn sie das machen würden. Und die sind dann total sauer geworden, wenn ich die nicht verstanden habe. Neunzig strafen die Ruppenkraftzahle gefunden. Neunzig strafen die Ruppenkraftzahle. Neunzig strafen die Ruppenkraftzahle. Wer hat es erfunden? Össetheiz! Wer genau? Gopferdori! Alles klar, bis dann. Tschüss! Halleluja! 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 Halleluja!